Hallo und herzlich Willkommen zu einer weiteren Runde. Magic Clash of Heroes. Und damit geht es weiter. 18 Minuten hatten wir gespielt, wie interessant. Ja, schon wieder weiter. Das wäre jetzt voll trollig, wenn ich jetzt einfach von neu anfangen würde. Das würde aber auch einfach überhaupt keinen Sinn ergeben. Aber was ist schon sinnvoll? Ruf die ganze Nacht. Sperren ruf. Mein Zeug erfindet. Achso. Danke für die Information. Ja, ja. Mhm. Mhm. Die grafische Schreie-Folgen. Demoen hilførende. Ja, toll. Achso. Ja, gut, kämpfen wir. Lasst uns kämpfen! Wie Männer! Lolo! Kämpfe? Die Grafik ist mal wieder... Achso, die Grafik ist mal wieder nicht sehr gut. Lolo! 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 Das steht x. Gegner am 2. Das ist der Fall, du musst endlich mal aufs Einkampf bestehen. Mit einer ultraschlechten Grafik, aber egal. Bam. 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 La la la. La la la. Ein bisschen klein, ein bisschen besser. Schönen. Hallo. Oh, die Grafik ist immer noch hässlich. Schnipfe. Keine Ahnung, was es jetzt gebracht hat. Ich weiß nur, dass diese Folge schrecklichste Grafik ever hat. Hm. Ich hoffe, deswegen wird das Video nicht weg... weg. Also verschlechtert bewertet. Huiiii, wir kriegen Besuch. Äh... Achso, ja, alle tot. Nimm mir das nicht schon. ... Vater. Hm. 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 Interessiert mich alles nicht. Hm. Ich bin so. Ich bin so ein Schatztor. Ich bin so ein Schatztor. Boah, cool. Freund und... Feder, Freund und Feder, Freund. Freund. Ich bin so ein Kampf. Achso. Ja, das macht er. Was? Der hat ihn getötet. Was? Oha, was für eine Schnäppe. Voller Schwäckling! Sei ein Mann! Zeige Stärke. La la la. Zwei Züge haben wir. Uh, wenn wir die taktisch schlau einsetzen... ...löschen wir die... ...und stellen die dahinter. Bam, bam! Boah, der zwölf lebt. Das wird dir kein leichter Kampf. Aber das wird der Kampf mit der schlechtesten Grafik. Drei Runden braucht er, um zu attackieren. So, da haben wir ja Zeit. Wenn's so ist, dann chill dein Leben. Na naaa! Nya naaa! Rufen wir die mal die Verstärkung. Wir wissen, was die so bringt. Na na naaa! Boah, die können gleich nächste Runde... ...geil schießen! Gegner am Zug! mit zwei an weh halte du schnäpfel verfeste schnäpfel nie booh alter die machen ja viel artiger ich konnte doch nicht so lang dauern wie ich gedacht habe wenn das jetzt noch weiter so schön läuft dann werde ich durchaus von denen kann ja keiner angreifen. Die sind so larmarschig. DUM DUM VERSTRACK! Tjo, Alter. Aber wenn die dann angreifen, dann weiß ich nicht, ob ich das überlebe. Aber das ist mir auch egal, weil ich... weil du willst stimmen, du wirst, Alter. Ja, aber nächstes Mal wird er wirklich sterben. Was bringt mir die Verstärkung? So, das hier bringt mir die Verstärkung. Voll die Schnämpfe. Und das da, Mauer. Was? Hört die Mauer? Zum Halt. Sie machen sechs Schaden. Ich hab Angst. Ich hab ernsthaft Angst. Konnten sie bitte töten? F Pfeilgift! Chicka! Oh yeah! Ich würde sagen, dieses Riesen noch ein. Na, das war's dann. Ich weiß, dass die Folge schlecht war. Von der Grafik her. Aber ich hoffe sehr, sie hat euch trotzdem einigermaßen gefallen. Und ich würde sagen, wir sehen uns hoffentlich in einer von meinen nächsten Folgen wieder. Ich verabschiede mich hiermit. Tschüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüü